Auch gerade so eine kleine Pay-to-Win-Aktion. Normaler Spieler hätte das nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie viele Spiele in der Weekend League sind, oder? Gut gesehen, gut gesehen, direkt Wolli! Was? Da leckt mich doch einer! Das war ein gutes Tor. Ey, Revers, guck mal bitte mein Tor an. So ein Tor hab ich doch nicht geschossen. Mein bestes Tor.